ja moin sind meine freshen dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fifa 18 auf meinem kanal matz und wir spielen jetzt als nächstes hier gegen köln allerdings habe ich ja aktuell vor die gewinnt schon wieder die dortmund okay wenn die dortmunder eh schon gewonnen haben dann mache ich das spiel lieber selbst ich habe überlegt zu simulieren aber wenn ich simuliere und die dortmunder dann echt auf zwei punkte dran sind da will ich das will nicht riskieren deswegen machen wir das lieber hier immer selbst wir rotieren in diesem spiel wieder mächtig denn wir haben nächsten spiel einen starken gegner vor der brust okay timo werner hat sich zum glück nicht verletzt er ist nämlich im letzten spiel verletzt ausgewechselt worden war wohl nichts schlimmeres wir werden in diesem dieser partie rotieren weil wir als nächstes gegen juventus turin im champions cup ran müssen von dem her werden wir mal komplett durch rotieren dass wir da in der in der im champions cup unsere stamm formation aufbieten können und lieber sané kriegt auch eine pause ja ja den können wir sonst noch schonen würde sagen dann kam es rodriguez da für toni so rein und ein robben darf im sturm mal für ressus ran so so machen wir das weil ich ressus auf jeden fall unten noch mit braucht der soll als eine mögliche wechseloption herhalten so spielen so ich denke ein rom wird das dann im sturm auch ganz gut machen können das ist eigentlich jetzt nicht so die probleme und ja dann wird es im nächsten spiel richtig spannend und zwar gegen juventus turin und der champions cup ist ja immer so ein bisschen schwieriger finde ich als die liga von dem her wird es auf jeden fall eine herausforderung und da bin ich schon gespannt da bin ich schon gespannt ich bin zwar juventus nicht mehr das was sie mal waren mit pop bar und wie doll aber ist definitiv nicht zu unterschätzen auch schade das muss man aber nicht ach so es war ein faul gegen mich okay okay dann kann man das reifen ich dachte es wäre ein faul ich hätte gefault quasi schlechte ballannahme schlechte ballannahme da von arjen wäre auch abseits gewesen kein problem ja wenn der bei dahin ja dahin sollte dann sollte er da wohl hin aber ich wollte den da eigentlich nicht hinhaben wenn die nach schlechter pass und werner gut geblockt und mendi leider nicht den ball behalten das wäre es noch gewesen und jetzt läuft der angriff der angriff rollt mondi ich habe aber mittelfeld wieder umgestellt ich habe doch wieder meine zwei zentralen mittelfeld spieler nicht nach vorne orientieren gemacht also ich hatte die ja umgestellt auf nach vorne orientieren fand das aber die meiste zeit nicht so stark ehrlich gesagt oder es hat mir irgendwie nicht mehr so zugesagt ich bin der meinung die orientieren sich fast genauso viel nach vorne wenn es ausgewogen ist ja also da wäre wahrscheinlich mit ressource der da ein bisschen schneller ist wäre das was geworden da war robben der natürlich ein bisschen seine spritzigkeit verloren hat ein bisschen überfordert ein bisschen überfordert so starkes ding von bellerin so dem bd wie der robben der ball sollte auch gar nicht auf robben der sollte auf den eingestarteten spieler ich glaube das war goreczka der dann natürlich frei gewesen wäre komplett frei wäre der gewesen aufs tor ja batterien pass einfach nicht ich habe zwar pass gedrückt aber pass einfach nicht spiel einfach nicht ab wenn man solo das machen will dann macht man das als solo ja hätte ich lieber einen harten pass gespielt steil passt kommt natürlich nicht an war klar muss mir wieder echt angewöhnen wieder mehr also die ich sehe ich spiel zurzeit viel zu viele steilpässe das steilpass ist nur ein eine funktion für gewisse situationen wie zum beispiel hier da kann man jetzt einen steilpass spielen das drittling war müll und ein robben das war auch müll der pass war müll das war wieder ein steilpass natürlich was sonst warum warum spielt er den pass so kacke das war nämlich kein steilpass und er spielt ihn trotzdem so dreckig den ball dass mein spieler da nicht rankommt was macht was macht hummels denn da vorne hummels läuft da vorne irgendwo rum aha 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 also ich bin wieder ganz unzufrieden mit meinem spiel hier leck mich fett alter das war ja mal richtig hart dumm spiel ihn genau in die fresse man boah bin ich auf regt mich diese halbzeit auf alter schwede meine fresse wo ist das scheiß problem alter könnt ihr nicht einfach mal normal spielen man 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 und ein robben da vorne das war ein reines desaster den nehme ich raus also als stürmer funktioniert er doch überhaupt nicht und sané bringe ich noch für command so das sind meine wechsel und ich muss mir wieder abgewünscht in ganz vielen situationen ist das ja aber da war ein normaler pass jetzt auch nicht gerade der burner boah alter jetzt 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 alter durch immer wieder auf offensiv boah man alter wollt ihr mich verarschen die tanzen da so dämlich rum weißt du so dass man den ball nicht bekommt ey und dann passiert sowas wenn man ihn dann bekommt dass er direkt wieder weg ist so jetzt aber ja keiner läuft sich vernünftig frei boah schon wieder nicht der pass den ich haben wollte man so jetzt aber mal und da haben wir das 1 0 kein abseits timo werner der langsam wieder in form kommt der die letzten drei spiele glaube ich immer getroffen zum glück hat er sich nicht verletzt und ich muss hier echt wieder ein bisschen meine konzentration muss ich wieder steigern ich mache zu viele scheiße es liegt hier auch in vielen situationen echt nicht am spiel das liegt einfach nur an mir weil ich hier echt zu dämlich spiele klar ich denke mir manchmal die logik der spieler warum spielen wir den ball nicht so steil wie ich das steil haben will ne weil beim steilpass kannst du ja nicht hundertprozentig lenken der war zum beispiel in ordnung der steilpass den wollte ich auch so haben ist da klar steilpässe sind auch oft mit risiko verbunden dass du den ball dann verlierst schade schade guter schuss von rammes schade der ball kam irgendwie nicht durch den wollte ich eigentlich nochmal auf goretzka spielen und das war auch gar keine schlechte überlegung ein glück okay so mon die schönes kombinationsspiel und koretzka holt da sogar sané hat da sogar noch den ball gehabt quasi wieder und ja nur abgenommen beziehungsweise im zweikampf ihn nur weggetreten irgendwie so also zweite halbzeit gefällt mir deutlich besser ach schade fast hätte ich den sogar noch im spiel gehalten mit bo tang bo pang ja manu uuuh junge was für ein zaubertrick war das denn da sollte einfach nur einen ganz normalen pass haben ne und der sollte auf den spieler und nicht vor den spieler aber nein rammes kann es nicht normal der macht da irgendeine ramba zamba keine ahnung was zamba zamba die ganze nacht schön geblockt von bo pang ja geil geil wieder boating hier ein starkes spiel macht wir sind auch gut im zweikampf da kann man nichts sagen ey die machen hier einen schlechten job naja 1 0 gewonnen sieg ist sieg drei punkte nehmen wir mit aber gegen juve müssen wir uns da schon besser anstellen fünf schüsse vier schüsse aufs tor wenig zugelassen defensiv war das ok offensiv war das eher murks da muss ich mich wieder weiter steigern aber vielleicht in der nächsten partie gegen juve sieht das ja vielleicht schon wieder ganz anders aus vielleicht mache ich da das spiel meines lebens wer weiß wer weiß auf jeden fall trainieren wir zwischendrin nochmal dann gönnt sich ja sonst nichts der toddy so steigt da nochmal ein bisschen steigt hier auf nö steigt nicht auf 89 mach zwei punkte aber steigt trotzdem nicht auf 89 what the fuck naja egal ja leute das war es mit dieser folge ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da wenn ihr mehr fifa 18 sehen wollt dann abonniert meinen kanal damit ihr nichts mehr verpasst und ich würde sagen bleibt stabil und haut da rein ciao